Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute aus Berlin, also dranbleiben. Ich bin heute in Berlin im SO, das Stu Hotel. Ein hammergeiles Designer-Hotel, wie ihr seht. Allein die Lobby ist schon gigantisch. Ja, wir gucken aber erst mal einen Blick ins Zimmer. Hier haben wir eine Junior Suite oder Suite, wie das auch in dem Haus genannt wird. Mit einem richtig großen, bequemen Bett. Und sehr, sehr cool ist der Lichtstreifen darüber. Aber auch das Badezimmer, welches offen ist, aber auch geschlossen werden kann, finde ich sehr, sehr stylisch. Hier das Waschbecken in einem Guss. Und was sehr, sehr toll war, waren die eigenen Kosmetikprodukte, Duschgel und Shampoo. Sehr, sehr coole Duftnoten. Also dann, das ist schon ein Besuch wieder wert. Ja, hier geht es dann auch gleich ins WC. Das ist riesig gewesen. Also ich glaube, bei den meisten Hotels ist das Badezimmer kleiner als in dieser Suite das WC. Ja, gucken wir mal oben in die Galerie. Das ist sozusagen im Treppenhaus eine Gläsegalerie. Hier kann man ein bisschen verweilen. Mega stylisch. Und hier sieht man dieses große, offene Treppenhaus. Da gehen wir auch mal runter ins Erdgeschoss. Und dort befindet sich schon auch die Lounge. Also eine Mischung aus Bar, Restaurant und Lobby. Sehr, sehr schön modern. Toller Mix und genauso modern ist auch der Pool- und Wellnessbereich. Kleiner Indoor-Pool. Verstufen nach oben. Dort in der Galerie befindet sich dann auch die Sauna. Die ist richtig optimal groß. Also hier kann man sich ein bisschen schön hinlegen. War total überrascht, dass überhaupt noch eine Sauna in dem Hotel war. Weil das Hotel eher klein ist. Und dafür ist der Wellnessbereich wirklich riesig. Und riesig fand ich auch das Frühstücksbuffet. Es war wirklich alles da, was man sich vorstellen könnte. Es war wirklich toll präsentiert. Alles auch so in kleinen Schälchen und Gläschen. So, wie man es einfach wegnehmen konnte. Und es war wirklich auch herzhafte Sachen dabei. Aber auch natürlich ganz viel Health-Sachen. Es war für jeden was dabei. Also schaut einfach mal vorbei. Bye.